Achtung, jetzt wird es steil. Mal gucken, ob wir es im zweiten Gang schaffen. Hallo zusammen, hier sind wieder Sven aus Frankfurt am Main und Winfried aus Aschaffenburg. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Tour abseits der befestigten Straßen. Untertitelung des ZDF, 2020 Läuft die Kamera? Kamera läuft. Die Untersetzung ist ein. Jimny, go. Geländeuntersetzung ist ein. Und los. Die Untersetzung ist ein. Die Untersetzung ist ein. Jetzt wird es hier langsam voll. Wir sind hier auch gleich fertig. Mal fahren, die geht schon zur Seite. Ich warte nicht drauf, wo jetzt die Leute mit dem Hund langlaufen. Regie an Jimny. Zigarettenpause ist beendet. Ich kann aber nicht links abwägen, weil da die Leute sind. Die sind doch jetzt gleich weg. Bis wo ist denn die Aufnahme? Bei den drei Bäumen links oder wo? Genau, beim dritten Baum bist du draußen. Also der dritte Baum ist der letzte Baum und zwei Meter später bist du draußen. Kamera im Jimny läuft. Kamera außen läuft für Jimny. Jimny, go. Kamera im Jimny läuft. Und los. Jimny, go. Und los. Jimny, go. Ich bin auf dem Rückweg. Kamera läuft für Jimny. Kamera läuft für Jimny. Kamera sieht Jimny. Überrasch. Ich bin auf dem Rückweg. Ich bin auf dem Rückweg. Hier wird es ein bisschen holprig. Ich schalte Allrad zu. Minus 10. Minus 13. Minus 14. Jetzt kommt eine Warnung. Minus 18 wird es zwischendrin. Und festhalten. Achtung. Plus 3, plus 4, plus 4, plus 7, plus 8, plus 13, stopp. Stopp. Ich fahre im Allradmodus. Wir fahren im Allradmodus. Zweiter Gang. Ich habe absolut keine Ahnung, woher dieser Weg führt. Was sagt die Neigungsanzeige? Plus 10, plus 11, plus 20. Nein. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like oder ein Abo würden wir uns freuen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.